so da sind wir wieder bei ww und ich hoffe jetzt nicht dass es so heftig leckt ich versuche das jetzt schon mal tempo zu machen okay noch geht so zack aber ich darf nicht glaube ich nicht hoch gucken dass das problem ich muss ein bisschen nach dem boden halten so das ist auch fertig naja sobald da oben ist damit mit dem rauch da reinkommt dann kriegte probleme so was soll ich jetzt noch töten hohe priester der vergessenen und diese unterkönige herrn okay kommen die unterkönige an ihm umhauen tja wo sind die hohen priester hoch sind wahrscheinlich hier und von den zigorats drinnen oder so und gucken ob ich hier die reine du bist das so bist du so ein seltener du bist nichts besonderes ja gut dann sind die wahrscheinlich in diesen zigorats so damit wären die fertig leck 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 ruckel 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 und zurück in die bresche so die luft steht still ein teil des echos will dass sie das zahlangst und ihn zerfleisch aber ach so wir sind unnachgiebig was kann ich für euch tun und zwar steckt oh ach ne 17 na kann ich verkaufen was ist das denn brauche ich nicht habe ich gerade eben schon gemacht einen ungenietet ich fliege da lieber schnell rüber dann geht da ein bisschen schneller ist er schon wieder da jo oh ein gold geil so hier hin so hoch weg mit dir und weg mit dir die hohe priesterin sind wahrscheinlich welche generäle ihr müsst deren von geißel holen besiegen wenn dieser ort vom griff der geißel befreit werden soll schlagen setzte flasche steht und den tippen der ersten ebene von geißel in den die mein geißel auf der zweiten ebene predigt unterkönig hält sie am schreckensgruppe hof oberstraße auf unterkönig hier müsste der irgendwo sein or hahaha ja so das hätten wir stopp geißel holme titan ader sehr gut das muss ja alles noch erkunden und schon einiges erkundet worden da fliegen wir gleich müssen dass da prüfung kreuzfahrer sturm gipfel das ist aber nicht sturm gipfel da oben gut ich würde sagen jetzt machen wir noch ein paar quests weiter sorry dass es so leckt aber ist halt so jetzt ich will es jetzt auch gar nicht ändern ich freue mich auf jeden fall dass es bei wir jetzt so doch so gut geht so du hast die quest fertig jetzt bist du dann dran vater gustav kann man den bericht nicht lesen die bübel nicht die zeit des agentum kreuzzugs ist jetzt gekochen begibt euch zum kreuzfahrer und platziert den gesegneten mann auf dem kreuzfahrer schild verteidigt das bander gegen angehörte geistel bis das land auf dem ton gereinigt das kehrt dann zu vater gustav zurück mit fliegen geht das so viel einfacher alles das muss man ja mal einfach so anerkennen sagen Äh? Hier? Ein Haufen Kreuzfahrerschädel. Uff. Wo ist denn hier ein Haufen Kreuzfahrerschädel? Ah, da ist er. Was ist das für ein Haufen? Ah. Lass niemanden am Leben. Na, da kann sie ja schon. Oh. Das ist zu weit entfernt. Hm. Was ist das für ein Haufen Kreuzfahrerschädel? Ist das alles Art was? Boah, komm. Ich muss näher ran. Ja gut, normalerweise ist das ja so ausgelegt, dass man nicht so overlevelt ist wie ich jetzt hier. Hm. Haa. Ja. 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 Das war's für heute. ich bin außer reichweite wo muss das noch gehen muss das noch gehen ja was jetzt mal geschafft immer noch nicht meine fresse dann dauert hat er mir noch 30 liter ich bin außer reichweite ich bin außer reichweite ich bin außer reichweite ach das war schon schade ich dachte ich kann mich jetzt da mit dem totbräder messen naja gut dann ist es halt so ja gut dadurch dass sie so schnell alle abgearbeitet hat ging das alles ein bisschen schneller sucht hoch laut beim kreuz für automals krone auf guck mal hier wie schnell ich das aufgebaut haben ich liefere nur feinste waren alles reparieren so man sieht sich gibt es nicht irgendwie so ein so was ist das denn hier kopf sechs kritische treffer wird und drei ausweichen nämlich den der geißel zum trotz wieder wünscht dass ihr den helden kreuzfahrer in der stillen nachtwacht in den osten der eiskunner aufspürt seiner feige gruppe wird aus der luft gesehen wahrscheinlich deutlich sehen was für seinen aufenthaltswort ist unsere stärkste waffe so mal eben kurz den helm tauschen gut dann machen wir mal weiter stoppt das noch eine quest oder ich mich verguckt beim losfliegen doch der ist noch eine quest der himmelsbrecher verfügbar die zeit des argentum kreuzhof ist jetzt aber wo ist denn dieser questgeber ich sehe den grad gar nicht warte mal hier ist ein briefkasten vielleicht ist da hier oben doch nicht stopp was ist denn hier der questgeber ist weiter unten auf dieser höhe ist der hier ehre dem könig freund das licht segne jetzt haben wir eine quest sehr schön dann fliegen wir zum ersten mal dahin so eine questreihen wird jetzt abgeschlossen so wo geht es denn hier hinten hin so wo geht es denn hier hinten hin da ist oben ist auch irgendetwas ich will erstmal da hinten hin wir sind dann schon auf jeden fall schlachtzug das ruhe das denn hier irgendwas besonderes im kalender halloween ist jetzt bald bis wann geht das halloween fest bis 20 10 vom 13 also da war schlotternacht endet am ersten november bis denn das okay pilgerfreund sind wir denn dezember was machen die den heiligabend und an weihnachten nichts ah da beginnt das winter auch fest was ist denn sonnenherrscher stille nachtwache ist der tod kreuzfähre brite brand ich weiß wo ihr gekommen seid sie haben euch geschickt um mich zurück zu bringen aber ich darf nicht das darf nicht geschehen ich trage die sorge des todes in mir krieger und ich werde mein schicksal mit jenen teilen die mir nahestehen nein ich werde hier bleiben ich brauche nur das was aus mir werden wird wenn mir der todbesitz von mir ergriffen hat den tod selbst fürchte ich nicht aber ich verabscheue den gedanken daran den verräter autos zu dienen verlasst mich und stellt sicher dass niemand anderes nach mir suchen wird ihr würdet mir einen wahren und dienst erweisen wenn ihr jemanden solche trauen die aussetzen würdet ok das war ja einfach das war ja wirklich einfach ich frage mich welche questrechte ich da gerade mache was war das kreuzfahrer brite brand ja die mache ich wahrscheinlich gerade stopp hier war irgendwo was zum hacken hack hack hex hex da ist noch was zum hacken das ist aber höher gelingen diesmal da perfekt perfekt noch mal geißelholm klingt wie eine stadt aus heri potter klingt echt wie eine stadt aus heri potter gut wir gehen jetzt den kreis eben ab und dann gucken was dann passiert und dann kümmern wir uns weiter um die geißel da hinten ist als krone gut landen wir werden triumphieren das ist ja bei er so einen zugang erbittet der lehrt nicht im glauben wo sind wir denn klar wo nach sturm alter schöner sturm mit reisen ja komm wir machen als erstes hier das ding na gut kommen fliegen wir einmal zurück nach sturmwind da fliegen wir einmal nach daran rein die silbernen enklave tauren schamane ja portal nach tausend winter ne da will ich ja nicht hin das arati becken insel der oberen wo ist denn das portal nach sturmwind ach da sind noch da ist das portal nach sturmwind ich weiß gar nicht wo wir jetzt rauskommen in sturmwind ich hasse das immer immer dieses da fand ich das klassische besser einfach nur von a nach b töten sammeln zurückbringen fertig und jetzt musst du die portal dahin und dann dahin so wir sind jetzt sturmwind so gehen wir mal in den portal hoch ne hier bin ich falsch hier ist der portal also ich soll verlasse das magieser magiesanktum nehmt das portal von sturmwind nach der nassos wo ist denn das ach da hinten das ist doch kein portal das ist ein schiff ach so gibt es ein portal nach der nassos dieses portal dieses portal rum ist übrigens relativ neu glaube ich das kann ich nicht benutzen sturm schild sturm wacht naja muss ich wahrscheinlich das schiff nehmen so wie das aussieht das ist die hürde der zeit dalaran jadewald die exodar shatrat ich glaube shatrat war glaube ich in der scherbenwelt meine ich mein schadrat wäre hier irgendwo in der scherbenwelt hm gucken wir mal eben kurz nein 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 doch da schattrat ja das ist in der scherbenwelt ja gut dann nehmen wir jetzt das schiff ich gehe da auch vielleicht das ist nicht das ist das ist